einen wunderschönen guten tag liebe leute eine weitere folge papa kocht heute mit einer schnellen nummer nicht nur beim henssler sondern auch beim dicken papa und zwar gibt es eine weitere folge papa kocht street food at home oder vielleicht auch draußen auf dem bahnhof oder irgendwo auf der straße es geht nämlich um ein video das sich viele gewünscht haben weil ja mach mal was einfaches und das auch sehr beliebt ist es geht hier um diese chinesischen nudeln ihr kennt das so gebratene nudeln da gibt es doch hier weiß ich nicht beim asiamann an der ecke ich habe mal welche besorgt und zeige euch heute mal die quick and dirty variante und wie ihr die mindestens genauso gut hinkriegt vielleicht sogar noch ein bisschen besser als beim asiamann des vertrauens ich schnippel gleich alles zusammen ihr dürft dabei bleiben und mir zugucken und dürft danach nach machen also jetzt ich habe mitgebracht natürlich hier so es gibt eiernudeln nie nudeln heißen die da gibt es wirklich verschiedenste sorten ich habe jetzt mal so ein päckchen von denen hier rausgeholt besorgt euch der irgendwelche da gibt es auch hier so quick cooking drei minuten hast nicht gesehen einfach nach packungsanleitung zubereiten eiernudeln sind sehr gut dafür ich mache rein ein bisschen karotte eine rote zwiebeln knoblauch eiernudeln ist klar machen wir ein bisschen ei dazu ich habe ein bisschen koriander dabei der ist nicht immer dabei ist auch optional frühlingslauch mit drauf und dann ist es eigentlich schon fast erledigt ich hätte es ganz gerne mit hähnchenbrust habe so eine schöne hähnchenbrust habe ich ein bisschen platiert vorhin schon und ich mache noch so eine handvoll hier von diesen bambus streifen mit rein ich persönlich mag die gerne deswegen die machen so einen schönen asia flavor jetzt habe ich gesehen das ist voll oft passiert dass die leute so bei diesen asia boxen am imbiss dass die dann fragen willst du eine soße oben drauf dann habe ich mal so zugeguckt und die leute machen sich da erdnusssoße drauf oder diese dunkle soße die es da oft gibt und aber am allermeisten wird dann so eine süßsaure soße gewählt ganz ehrlich kann man der süßsaure soße so wie die hier gemacht wird ehrlich gesagt persönlich nicht viel anfangen aber das mein persönliches gusto ich weiß dass die sehr beliebt ist und die leute haben gefragt macht diese gebratenen nudeln mit süßsauersauce ich mache euch heute süßsauersauce so dass sie zu hause auch nachmachen können super geil und lecker also ihr habt gesehen was alles gibt ihr gucken jetzt zu wie schnüppel und wenn es gleich ans braten geht dann sind wir wieder zusammen hier wie ihr seht habe ich alles zusammen geschnüppelt schauen wir hier unten so eine karotte in streifen habe ich hier so ein bisschen chili knoblauch und ingwer so ein bisschen grob gehackt eine rote zwiebel bisschen frühlingslauch und meine hähnchenbrust und hier drüben steht die fahne bereit da gehen wir jetzt schon ein bisschen druck drauf und am anfang fangen wir an mit so ein bisschen pflanzenöl nachher gibt es ein bisschen sesamöl dazu das gibt irgendwie einen schönen geschmack das passt ganz gut aber jetzt fangen wir an mit pflanzenöl so guck mal hier pfanne heiß wog haben die wenigsten zu hause deswegen ist eine heiße pfanne die grundvoraussetzung ich würde jetzt erst mal das hähnchen hier rein machen und zwar auf die eine seite und jetzt kommt oftmals wird zu hause der fehler gemacht dass erst gemüse und so weiter gebraten wird aber es ist anders es kommen zuerst die eier rein weil nur so funktioniert ein schönes wir machen noch zwei reinkommen ich stehe darauf herrlich also erst mal dann gleich kaputt machen und dann so eine art ja kein rührei aber ich will so eier flakes nachher ihr kennt es ja auch vom gebratenen reis da wird es ähnlich gemacht da können wir auch jetzt schon mal so ein bisschen salz dran geben und ans fleisch gehen wir auch schon ein bisschen was dran das muss auch gar nicht so krass braten es darf gern so ein bisschen farblos schwitzen oftmals wird es auch so gemacht dass das hähnchenfleisch vorher blanchiert wird also das heißt kurz im heißen wasser gekocht bis an den ja kurz vorm ende des gar punkt um das dann nachher schneller noch mal im wog wieder zu erhitzen aber dadurch dass ich das vorher plattiert habe die hähnchenbrust und die so dünne streifen geschnitten habe verteilt das nachher gut so kommen wir hier mal so darf das gerne aussehen das ist schon mal gut und jetzt fangen wir auch schon an das durcheinander zu rühren und dann schaffen wir das bisschen nach außen und dann kommen wir auch schon zu chili knoblauch dann kommen wir zu zwiebeln da kommen wir zu karotten streifen das einzige was uns noch ein bisschen aufheben ist der frühlingslauch weil der braucht nicht ganz so lange lassen dass wir so ein bisschen anschwitzen und dann packen wir in derweil auch schon mal die nudeln ins wasser die hier kochen jetzt so knapp drei minuten einfach hier zack ins heiße wasser ja dann holen wir uns die da gleich raus und danach gehen die hier dazu in die pfanne ja guck mal so jetzt gehen wir dann auch gleich ans würzen und da kommen wir natürlich auch zu einer sache die umstritten ist es hat einen grund warum eure nudeln die ihr da draußen beim asia man so gerne es warum die so gut schmecken und das ist glutermat nach dem glutermat schmacksverstärker es ist optional ihr könnt dran machen ihr könnt lassen es gibt da auch kein statement dazu ich sage es gehört zur asiatischen küche dazu oft deswegen benutzt oder lasst ich nehme es hin und wieder für meine asiatischen gerichte so jetzt machen wir hier noch so ein paar von diesen bambus schösslingen bambus streifen mit rein es gibt auch wie eben schon gesagt immer einen guten geschmack und dann fangen wir an zu würzen und zwar gibt es ein bisschen braunen zucker der muss dran da machen wir ein bisschen pfeffer dran ich nehme hier gerne so ein gestoßenen steak pfeffer ich finde einfach gut könnt ihr pfeffermühle nehmen oder selber mörsern oder 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 das alles möglich so dann gibt es salz und natürlich wie immer vom besten nicht lachen ein bisschen was gutes hot magi kommt dahin ich hoffe dass ich irgendwann mal einen werbevertrag mit denen kriege ehrlich gesagt aber ich glaube nicht mehr dran so dann eine wichtige sache wir haben hier eine normale sojasauce davon gibt es auch gleich ein bisschen was guck mal hier das sieht doch schon gut aus das ist schon fast fertig die packen wir uns schon mal nach vorne und ich habe hier noch so eine geile süße sojasauce die ist ein bisschen dickflüssiger seht ihr das das zeug braucht ihr auch sweet soja sehr sehr wichtig jetzt gucken wir hier zwischenzeitlich unsere nudeln das ist jetzt so ein bisschen die dünnere variante auch aber das ist gut da gibt es ja verschiedene wie gesagt nehmt ihr wo ihr bock drauf habt welche gerade verfügbar sind ich probiere mal eine ja 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 das sieht schon gut aus gesalzenes wasser verwenden dann schmeckt die nudeln gleich besser das ist gut die nudeln sollten auf jeden fall noch ein bisschen bis haben al dente sein und jetzt grebe ich mir mal gerade so eine zange wenn dann eine da ist ha das natürlich jetzt wieder bitter keine zange da dann nehmen wir hier so ein ding und dann holen wir die nudeln gucken wir direkt aus dem wasser in die pfanne rein die könnte natürlich auch abschütten aber ich wollte mir jetzt den weg sparen dann kommen die dazu zucker salz pfeffer hot maggie alles drin nudeln dazu jetzt ist auch der punkt wo der frühlingslauch mit reinkommt ja da braucht ja nicht ganz so lange so jetzt kommt ein bisschen sagen wir 12 esslöffel sojasauce rein dann kommt die süße sojasauce rein ihr seht ihr schon ein bisschen dicker die macht die nudeln natürlich diese geile farbe gleich und dann kriegt auch ein bisschen sesamöl packen wir mit dran jetzt ist wichtig es gibt so ein schönes gerösteter sesam es gibt ein super geiles geschmacks bild ab und jetzt sieht es doch schon fast aus wie es nachher auch aussehen soll ich schwenke das mal durch und vielleicht könnte es ja sag ich mal optisch schon fast wieder erkennen tipptopp die nudeln sind so gut wie fertig die werden wir jetzt gleich noch mal ich mache die aus aber der zwischenzeitlich kochen wir machen wir direkt hier one take kommen wir ziehen das durch stimme wir kommen direkt noch eine schnelle süßsauce und zwar damit geht es los wir brauchen ich habe hier so eine büchse ananas aus der dose den ganzen saft machen wir hier rein und ananas gibt es natürlich auch noch so dann ungefähr ein esslöffel sojasauce für die farbe für die tiefe dann gibt es ein bisschen salz und jetzt kommt was rein mit dem ihr vielleicht nicht gerechnet hätte aber ist ein zwingender bestandteil und zwar tomatenmark auch in etwa guten esslöffel es hat ja schon so ein bisschen säure aber wir brauchen zusätzlich noch ein bisschen ich habe hier einfach so ganz normalen weißen essig ist jetzt ein weißer brandwein ist ja könnt ihr reisessig nehmen oder so was soll ja süß sauer sein und da der fond ja schon ziemlich süßes brauchen wir nicht mehr so viel zucker aber einen guten esslöffel braunen zucker der geht da noch rein so dann stellen wir das hier auf den herd und dann kochen wir das auf und da werdet ihr mal sehen wie schnell das funktioniert ich besorge mir ein schneebesen der wird hoffentlich da sein ja da ist er so guck mal hier ach so übrigens gerade noch ein live tag kommen wir hoch mit der kamera wenn ihr mit dieser hand chili geschnitten habt und macht euch so ins auge nicht gut macht es nicht so guck mal hier rein sieht doch schon fast so aus wie es sein muss und wenn es gleich fertig ist dann ziehen wir die ganze geschichte ab abbinden abziehen sagt der koch mit ein bisschen kartoffelstärke oder speisestärke schade hier mondamin oder jeder andere da kommt einfach ein bisschen kaltes wasser rein da dann rührt man das glatt und deswegen sind diese soßen beim asiaten eures vertrauens oft auch ja so schön glänzend und cremig ja das liegt daran dass sie mit stärke gebunden sind ob es jetzt reis kartoffel oder 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 da ist alles denkbar hier wird gerade aufgekocht wenn es gleich kocht und wir abziehen hole ich euch noch mal dazu und dann richten wir an okay da sind wir wieder es hat gekocht ich dreh es jetzt noch mal so ein bisschen hoch und dann machen wir ananas mit rein je nach gusto so ein paar ananas stücke das gehört ja dahin dann noch mal aufkochen und dann ziehen wir den ganzen spaß hier mit der stärke ab hier schaut euch mal an damit ihr seht wie die konsistenz sein muss so ist aktuell ist noch sehr flüssig und dann müsst ihr mal schauen wie viel wieder rein machen ich würde erstmal so ein löffelchen anfangen aber die soße die muss ja die soll ja nicht so runterlaufen die so ist ja immer schon recht dick deswegen ein löffelchen rein und dann kommen ihr seht schon wie sich die konsistenz ändert ja jetzt fängt die stärke dann an zu ziehen seht ihr das und ich sage die kann tatsächlich sogar noch ein kleines bisschen hervorragend süßsauce fertig so schnell geht es dann packen wir die schon mal auf seite dann gehen wir den nudeln noch mal richtig einen mit ich habe hier noch so ein bisschen geschnittenen koriander ich finde das muss rein außer für tim du magst kein koriander aber das könnt ihr nichts dafür ich habe gehört das wäre genetisch bedingt meine frau mag auch kein koriander zu meinem leidwesen weil ich stehe voll drauf so nudeln auch fast fertig naja sieht gut aus dann richten wir das hier mal ganz klassisch in so einer asia box an könnte sich auch auf den teller packen ja herrlich geil wie das runter hängt perfekt und so sieht es auch immer aus also vielleicht ein bisschen eleganter als wenn ich das mal ausmachen dann packen wir hier oben drauf noch so ein bisschen was von dem beiwerk rundherum so jetzt kommen wir da sieht es aus ich mache ein bisschen ordentlicher das ist doch schon geil das ist ja mal so runter dass man sieht sieht man das ist immer gut und dazu die gute süßsauce jetzt habt ihr gebratene nudeln mit süßsauce wie vom asiamann nebenan ich wünsche euch ganz viel spaß beim nachmachen stäbchen dazu gleich ich hau mir das ding rein bevor ich es vergesse wir brauchen dringend noch ein abo von euch daumen nach oben netten kommentar könnt ihr uns schreiben und empfehlt euren freundinnen meinen kanal damit es hier weitergeht ich brauche aber noch schnell los ich will essen heiß nein ich traue ich nicht lass mich alleine essen jetzt habt ihr schon abonniert das ist nicht gleich aber süßere soße ich weiß ja nicht aber ihr habt es gewollt aber schon da ich höre gar nichts klingeln okay hast du was gehört wenn du probieren aber ist koriander drin lass mich beruhig jetzt